Ihr wisst welche Zeit jetzt ist. Es ist Time to Nerd. Hallo und herzlich willkommen ich bin's wie immer euer Zane und heute habe ich ein neues Prediction Video zu One Piece Kapitel 1026 für euch. Und zwar der gute japanische One Piece YouTuber Uderon macht ja jede Woche ein Video bevor die Spoiler rauskommen, in denen er anhand von Wortspielen welche er durch die Kapitelzahl bildet, prediktet was im nächsten Kapitel passiert. Bisher sind oft diese Wortspiele relativ allgemein gehalten, deswegen man sagen kann so, die einen sagen, ja das ist echt geil, die anderen sagen so, ja gut, es war ja klar, dass das irgendwann demnächst mal passiert. Von drei Wortspielen dieses Mal hat er aber zwei Wortspiele, auf die wir sehr achten müssen. Denn entweder es passiert oder es passiert nicht. Da gibt es nicht irgendwie so eine kleine Grauzone dazwischen. Und wenn das wirklich zutrifft, was Uderon dieses Mal prediktet, dann müssen wir in Zukunft seine Wortspiele wirklich serious nehmen. Fangen wir auch direkt mal an. Und zwar das erste Wortspiel, was er gefunden hat, ist Himatsuri, was so viel bedeutet wie Feuerfestival. Heißt, wir könnten im nächsten Kapitel sehen, wie Onigashima langsam auf die Hauptstadt von Wano Kuni fällt. Die Leute schauen nach oben, sehen das herabfallende Onigashima und rennen vor lauter Panik hinweg. Das ist aber wieder eine dieser Predictions, die ein bisschen allgemein gehalten ist. Denn das Onigashima irgendwann auf die Hauptstadt runterfällt in den nächsten Kapiteln war schon ziemlich klar. Deswegen hier müssen wir wieder sagen, kann passieren ist logisch, aber kann jetzt auch einfach mal ein guter Zufall sein. Die zweite Prediction, das zweite Wortspiel aber nicht. Denn entweder es passiert oder es passiert einfach nicht. Und zwar hat er als zweites Wortspiel gefunden, Oden no Musume, was so viel bedeutet wie Odens Tochter. Das heißt im nächsten Kapitel, in 1026 werden wir möglicherweise Hiyori wiedersehen. Eigentlich sollte ja Hiyori auf Wano Kuni sein. Aber wir kennen Hiyori ein wenig, sie ist ja ein wenig frech und hat ihren eigenen Kopf. Und möglicherweise hat sie sich auch nach Onigashima geschlichen. Darauf gab es auch schon mal einen kleinen Hinweis. Wir hatten ja einmal so eine kleine schelmenhafte Figur gesehen, irgendwo hinter einem Busch. Und dann hatten wir nochmal eine schelmenhafte Figur, die die neuen roten Schwertscheine verarzt hatte. Dort wusste man damals nicht, okay sieht die jetzt eher aus wie Toki oder sieht die jetzt eher aus wie Hiyori. Weil beide sich halt eben nun mal ähnlich sehen. Nicht gerade ungewöhnlich bei Mutter und Tochter. Möglicherweise hat sie Hiyori dementsprechend wirklich nach Onigashima geschlichen und wird im nächsten Kapitel auftauchen. Und das würde auch zu einer kleinen Theorie passen. Und zwar habe ich ja schon öfters in meinen Videos erwähnt die Geschichte Momotaru. Die Geschichte um den kleinen Pfirsich Jungen, der zusammen mit einem Hund, einem Affen und einem Fasan bzw. einem Vogel den Onikönig auf Onigashima bekämpft. Seit dem letzten Kapitel wissen wir, dass Kaido und Yamato beide zur Onirasse gehören, weil Kaido eben Yamato wirklich eine Oni genannt hat. Bisher hatte ich ja immer gedacht, dass es sich bei dem Affen eben um Monkey, die Ruffy handelt, bei dem Hund um Yamato mit ihrer Wolfsfrucht. Denn ein Wolf und ein Hund lösen sich das gleiche. Und beim Vogel habe ich bisher immer gedacht, dass es sich dabei um Marco den Phönix handeln würde. Ich meine, Phönix ist auch ein Vogel, also war es gar nicht so weit hergeholt. Aber es gab mal ein Panel mit Hiyori, wo sie eben einen Kimono anhatte, auf dem ein Fasan, also ebenfalls ein Vogel abgebildet war. Was wenn also Momotarus Gruppe gar nicht aus eben Monkey, die Ruffy, Yamato und Marco besteht, sondern halt eben aus Momonosuke als Momotaru, Monkey, die Ruffy als Affe, Yamato als Hund und Hiyori als Vogel. Dann hätten wir eben auf dem Dach auf Onigashima am Ende den Kampf Kaido gegen Momonosuke, gegen Hiyori, gegen Yamato und gegen Ruffy. Und das würde ja auch in einer gewissen Weise zur Story passen. Wäre ja recht interessant, wenn letzten Endes Momonosuke und Hiyori, die beiden Kinder von Oden, den Tod ihres Vaters gegenüber Kaido rächen würden. Die dritte Prediction, die Uderon gefunden hat, passt auch wieder dann wiederum zur zweiten Prediction. Und zwar heißt es dort in dem Wortspiel Oden, Nitoru, was so viel bedeutet wie Oden, Zwei-Schwerter-Stil. Wie wir ja wissen, hat Hiyori eben das Ame no Habikiri, also das zweite Schwert, welches eigentlich im Besitz von Oden Kutsuki damals war. Dieses wird sie natürlich auch ebenfalls nach Onigashima mitbringen. Und was, wenn sie, bevor sie auf dem Dach bei Kaido ankommt, auf dem Schlachtfeld auf Zorro trifft? King hat ja dieses komische Schwert, wo er irgendwie eine Mechanik hat, dass dieses Schwert und solche Zacken hat. Und ich glaube, das heißt auch irgendwie Schwertzerstöre oder sowas, die Technik. Was, wenn King es wirklich schafft, eins von Odens, von Zorros Schwertern kaputt zu machen, dann hätte Zorro in dem Fall nur noch zwei Schwerter zur Verfügung. Dann kommt plötzlich Hiyori und bringt ihm noch das Ame no Habikiri. Wenn Zorro zum Beispiel irgendwie aus irgendeinem Grund nicht mit dem Schwert im Mund kämpft, dann hätte er in der einen Hand eben das Enma, in der anderen Hand das Ame no Habikiri, genauso wie es Oden hatte und könnte mit dem Oden-Zwei-Schwerter-Stil kämpfen gegen King. Huh, das wäre richtig, richtig geil, wenn er vielleicht auch irgendwie eine ähnliche Attacke von Oden benutzt, wobei da die Schwierigkeit ist, wie sollte er eine Attacke von Oden kennen. Oden ist schon lange tot. Na gut, aber es könnte trotzdem sein, dass er halt eben mit Enma und mit dem Ame no Habikiri kämpft. Was haltet ihr von diesen Predictions dieses Mal? Wie gesagt, entweder Hiyori kommt oder Hiyori kommt nicht. Wenn Hiyori kommt, müssen wir diese Predictions wirklich extrem serious nehmen und dann freue ich mich natürlich noch mehr auf die nächsten Videos. Ich hoffe, dieses kleine Video hier hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mir wie immer mit einem Daumen nach oben. Drückt einmal auf den Abo-Button, wenn ihr dann in Zukunft die Allerersten sein wollt, die wissen, was im neuen One Piece Kapitel passiert. Bevor das Kapitel draußen ist, bevor irgendein YouTube ein Spoiler-Video rausgehauen hat, seht ihr genau, was passiert hier auf diesem Kanal. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Time to know. Genau. Warum wiederhole ich das, wenn ich eigentlich diesen Einspieler habe? Na ja, haut rein. Ciao. , Woah, bothупs Jennings. Mit mir im Jan, gehen wir gucken. Jetzt gehen wir hier der Abans Termin. girl rüber. und